Hallo Sportfreunde, heute sucht ihr euch noch einen neuen Partner und los geht's! Erste Kraftübung, Bandsitzen und Liegestütz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und natürlich dann wechseln. Kraftübung und hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wechseln. Lunge ist immer gut mit Gewicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wieder wechseln. Starke Mitte, sehr gut. Liegestütz, das schönste für alle, aber gemeinsam geht's besser. Und klopf, Liegestütz, klopf, Liegestütz, klopf, Liegestütz, klopf, Liegestütz. Sehr schön. Letzter, klopf, Liegestütz. Got it! Und Bauch, Schilden und Arme rum und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, die letzten 3, 2, 1. Und wieder hoch. Männer, Bettelbögen, Bettelbögen. Und hoch. Und drückt noch ein. Und lau' wieder Seiten. Und wieder hoch. Beim Seiten, hoch. Noch 4, 3, 2, 1. Wummel beim Halten. Gebt alles. Letzt ein. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jibbi. Und. Strecken. Seitliche Bauch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wummel zum Rücken. Böbis an Böbis. Und. Hoch. Einpassend hoch. Hebt das Becken. Knie lässt an. Vier. Drei. Zwei. Eins. Gut gemacht, Papa. Und einen schönen Sonntag. Tschüss. Macht's gut. Scheiße.